Ananassaft. So, Aufnahme. Aufnahme ein bisschen verspätet, gestartet. Nur dann, pfeifst du ja gleich rein. Ach, nöde. Danke. Oh, Schüsse irgendwo in der Ferne. Okay, ich hab noch nichts gehört. Ich war jetzt gerade mit Rennen beschäftigt. Ja, ganz, ganz leise war das. Großes Magazin. Und was ist das? Ach so. Oh, geil. Was ist denn das? Ach, das ist ein Scha... Ach, das ist krass. Aber weißt du, was da drin ist? Nee. Das ist ein Rucksack, oder? Nee. Dann hab ich nicht mitgenommen. Ach da. Nee. Leider nicht. Schüsse. Auf dich? Nee. Direkt neben mir geschossen, Alter. Warte, ich komm zu dir. Alter. Eingeschlagen bei mir. Die Kugel. Mauer. Entweder hat dich einer beschossen, oder es war ein Querschläger. Ich seh das Loch in der Mauer, Alter. Okay, krass. Oh, wir müssten ja mehr ankommen hier noch, oder? Oh, Alter, krass. So, das ist ja ein Krisenmagazin. Hm. Hab ich auch grad so ein Kind. Ja, in der anderen Kiste ist es noch ein riesengroßes. Hm. Ich hab grad schon geguckt, wo der ist. Ja. Hier, wo ich stehe. Hier. Ja, ja, aber das ist nix. Ja. 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 Ich weiß nicht, ich seh da irgendwas, aber ich... Das ist, glaub ich, ein Stein. Zumindest bewegt sich's nicht. Ja. Ja. Siehst du vor dir diese kaputten Beton-Formation? Ist der auf der Wiese, oder was? Ja, auf der Wiese. Da ist ne Kiste und ne Tasche drin. In dem Großen, was? Ja, in dem Großen, ja. In der Mitte. Okay. Ja, vor ist ne Kuh... Genau. Kuhle, wollte ich grad sagen. Da kann man lang laufen. Wenn der G-Rucksack ist, hab ich eh gerne die Chance. Hm, hm, hm. Aber vielleicht finde ich mal hier ne Waffe, ist der? Okay, hier ist ne Wiese ein Schaft für ne Waffe drinne. Gut, du könntest ja was, wenn du was Cooles findest, könntest du das in diese Alpha-Box packen, was ist der? Ja, ich hab ne Taschenlampe gefunden, also hier so ne Waffenlampe. Hab ich da reingepackt, hab ich ne Montage reißgenommen oder sowas, genau. Hier ist die Tasche, ah? Ja. Ja. Oh, Kondensmilch. Was ist das denn? Das ist wie Schalt anwohlen oder was? Das ist ein Xenomorph. Dealing Bau... Das ist Bauschaum. Okay, geil. Kann man schon immer mal gebrauchen, ne? Was ist das, 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 was ist das? Geil. Outskirts auf die Xenomorph. Was ist das denn Outskirts, was kann denn Outskirts hin? Outskirts. Ich kenn nur Upskirts. Das ist was anderes. Das ist aber was anderes, richtig. Oh, Schüsse. Bist du das am Felsen? Ja. Ich bin am Felsen, ja. Ich weiß auch nicht, ob er mich geschossen wurde. What the fuck war das? Ich vermute mal eine Granate. Das ist eine der Donner, ey. Eine sehr große Granate. Mhm. Wo kam es denn her schon oder andere? Was ist der Richtung, aus der du guckst auf jeden Fall? Ja, ich weiß. Ich bin da extra zurückgerannt. Vorher schon weiter vorn. Auf dich wird geschossen. Aber wie? Von wo? Wo? Weißt du auch nicht, ne? Ah, da trennt einer. Was heißt dort? Äh, aus der Drahthalle raus, hinter dem großen Busch hier vor mir. Aus irgendwo in dem Busch. Mist, ich hab dich nicht gesehen, wo du hin bist. Ich bin in diesen Trailern hier drinnen. Bist du gerade auf der Straße? Nee. Liege... Warte. Ich bin in dem grünen Anhänger. Oh, alle da. Ich muss kurz auf der Hütte. Okay, einer ist down. Also, einen hab ich gekillt. Der ist, äh, der liegt hier auf der Straße. Auf der Hauptstraße. Der ist hier runtergerannt. Okay. Oh, Alter, scheiße. Ich muss... Ich kann nicht... Das sind Skeffs, die, die quatschen. Oh, Alter, scheiße. Lebst du noch? Ja, ja, ich lebe noch. Ich hab einen Skeff, glaub ich, erledigt. Und, äh, mir eine Saiga ergattert. Ja, gut. Wo bist du jetzt gewesen? Ich bin jetzt in der roten Halle unten gewesen. Läufst du grad? Ja, das bin ich. Okay, alles klar. Oh, fuck. Hier, in dem grünen Ding lag ich drin. Hast du jetzt nicht geschossen an? Okay. Hier drin war ich. Was denn? Naja, klar, warum nicht, ne? Ich würde sagen, wir laufen dann unten am Wasser lang, links hoch, zu der Richtung der Mauer. Und dann können wir an der Mauer lang laufen, wirst du? Weil irgendwo muss ja dieser, dieser Ausgang ja dann sein. Ja. Ich geh nochmal auf die Straße und loote den anderen Typen, der da liegt. Wenn der noch irgendeine schöne Waffe hätte, dann wäre das toll. Hat er. Der hat ne AKS. Okay. Geil. Egal. Bei mir läufst du. Du rennst. Aber war das ein Spieler zufällig? Ich glaube, ja. Nee. Das ist ein Skeff. Okay, dann ist es ein Skeff. Hast du den komplett leer gemacht? Ja. Ich glaube schon. Okay. So, ähm. Ich würde sagen, Richtung Süden klingt gut, oder? Süden müsste dann jetzt hier in diese Richtung sein, oder? Nee, das ist noch ein Versehen. Wir müssen genau nicht anbrechen. Okay. Heng mal, jetzt mit der Straße lang Richtung Süden würde das sein, oder? Achso, wo wir vorhin dran waren. Bei dem Ausgang. Bei dem ersten. Nee, nee. Auch nicht so richtig. Ich meine die Straße jetzt lang. Ohne uns erschießen zu lassen. Wir könnten immer noch Skeffs sind, oder? Mhm. Wir waren vor uns allerhand heute. Gesteh noch? Ja, richtig. Pasha. Alter, ein Safe. Hm. Na, aber ein Hitter, oder was? PM 90, 39, ja. Muss aber nicht weiter. Ich glaube, ich höre welcher. Wenn es redet, sind es Skeffs. Echt? Du hörst, was redet? Ich habe es nicht gehört. Ich bin ja eigentlich etwas gehört. Wo bist du hin? Bist du hoch gerade? Oder da oben? Jetzt, ich guck mal hin. Jetzt muss ich mich irgendwie orientieren, ja. Hier steht ein Auto. Ja, hier ist ein Point. Geil, raus hier. Was? 3000 Rubel. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht hier raus? Warum komme ich hier nicht raus? 3000 Rubel. Ach so. Oh. Ist das South-Ding? Wiss ich nicht. South VX, ja. Toll. Wir sind so zu Altskirts. Aber wo ist Altskirts? Das ist eine gute Frage. Oh, verarsch mich nicht. Altskirts. Also, ich lege mich jetzt hier hin und google mal was Altskirts. Hm, mach das mal. Ah, Altskirts ist das oben. Wo Exit steht auf der Karte. Okay, dann brauchen wir ja bloß hier an der Wand langlaufen. Ja, und nicht erschießen lassen. Ah, das ist... Ah, gar nicht. Ringgoogel. Wie hast du das jetzt rausgefunden? Also, wonach hast du die gegoogelt? Tarkov Outskirt oder was? Da steht ein Skepsis. Warte. Ah, ich atme gerade. Gut. Sehr gut. Das wäre also nicht alleine. Ich gucke gerade. Der hat eine Tasche auf dem Rücken. Würde ich die mal nehmen. Ja, mach. Der hat noch eine Wepper. Die tausche ich mal aus. Ja, mach. Dann schmeißt du die Scheißschrote weg. Jep. Warte, ich gucke noch mal seine Tasche, ob der Mumpeln hat. Hm. Warte, ich muss noch mal in so ein hässliches Backpack gucken. Geht der ja einfach blöd rum, ne? Sag ich doch, die sind... ...sind manchmal nicht wirklich... ...sind langsam beeilen. Jo, ich komme. Ich habe auf die Wepper und, äh... ...hab heute nicht... ...zehn Schuss drin. Okay. Ja, was hat's... ...äh, weiß ich, gegoogelt? Ich hab, äh, gegoogelt, äh... ...Woods Tarkov Outskirt oder so. Ach so, okay. Und dann den ersten Forumseintrag. War klar mit... ...mit Carter. Ah, ist ja gut. Naja, okay. Ich, äh, gehe mal davon aus, dass es, dass wir nicht der, die einzigen oder der, der einzig gewesen ist, der so eine Frage hatte. Ach so, hier liegt eine Leiche. Wasser fast, ja. Okay, hier ist noch, der hat... ...deine Wester. Ach so, ich wollte mal, ich hab eine Wester. Würde ich jetzt aber eigentlich von mal außen vor lassen. Ja. So, das nächste ist... ...Skev, ja, ich seh ihn. Oh, fang, aber... ...seh ich schon, dass es Skev ist? Wiss ich nicht. Ich hab das direkt gesehen, aber... Ja, Skev, sie quatschen. Ich weiß nicht, wo... Wo, wo, wo ist... Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Ja, ist irgendwo... Wo ist denn? Da, wo der abgesägte Boom ist. Ich seh ihn. Okay, ich hab ihn. Links ist noch einer. Wo, 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 wo? Hab ihn auch. Alter, du Killer. Ich hab ihn nicht mal gesehen. Naja, der war genau neben denen. Okay. Die Frage liegen lassen. Ja. Schaffen wir nicht mehr. Ja, ist noch einer. Komm, einer. Jo, hab ihn. Aus dem Magazin war leer. Ich hab nicht geguckt, wie viel Militär drin war. Also, A-Treff hab ich gemacht, aber... Okay. Ja, das ist Kev-Cabin, ne? Er ist nicht ohne Grund so. Richtig. Fahrbanker ist übrigens ZB014. Ah, okay. Das ist nämlich auf der Karte, wo Fahrbanker steht, steht ganz klein ZB014. Und da dachte ich, Mensch, das hab ich noch irgendwo schon mal gelesen. Hm. Da kommst du aus... musst du hier durch den Bunker oder mit? Wahrscheinlich, genau. Obwohl ich da nicht unbedingt rein möchte. Also, ich war in dem Bunker schon drin. Okay. Achso, nee, warte mal. Das war ein anderer Bunker. Es glaub ich, es gibt noch einen anderen. Bei den Woods gibt's, glaub ich, drei oder vier sogar. Nier-Bunker gibt's noch, ja. Outskirt. Drei Sekunden. Ja, okay, geil. Oh, Pitrosen. Drei Sekunden. Untertitelung des ZDF, 2020